Hi Leute, ich bin Salbert von WindowsArea.de und hier haben wir das neue HP Spectre 13. Das wurde vor knapp zwei Wochen neu vorgestellt und das ist eben das Redesign, das eben komplett überarbeitet wurde im Vergleich zur alten Generation, kann man sagen. Was verbessert worden ist, ist einerseits das Design, aber es ist genauso dünn wie sein Vorgänger, wobei HP diesmal nicht so richtig auf Rekordjagd gegangen ist. 2015 wurde ja das erste HP Spectre 13 offiziell vorgestellt, bei einem richtigen Luxusevent in Versailles in Frankreich und das Gerät sollte ein echtes Fashion Statement sein und dabei hat man ein wenig übertrieben. Das Gerät war insgesamt ein sehr schönes Notebook, auch wie in diesem Jahr, allerdings war es zu sehr ein Fashion Statement und nicht wirklich ein richtig gutes Notebook. Diesmal will man alles besser machen, man hat viel Feedback von Testern, von Consumern gehört und das ist eben aus diesem Feedback rausgekommen. Die Lautsprecher waren bei den Vorgenerationen wirklich schwach und diesmal hat man mit Bang & Olufsen zusammengearbeitet und hat hier an der Front, also an der Oberseite des Geräts, vier Lautsprecher verbaut. Das andere war, dass das Touchpad ein bisschen zu klein war, auch für meinen Geschmack damals und jetzt hat man auch die Länge des Touchpadts eigentlich vergrößert und insgesamt muss man sagen, das Gerät fühlt sich einfach besser verarbeitet an. Zum Beispiel hatten wir einen ganz speziellen Fehler bei der ersten Generation. Wenn man auf der Seite das Notebook niedergedrückt hat, dann konnte man nicht rechtsklicken. Und ich kann das jetzt herzeigen. Man drückt es hier auf der Seite nieder. Das Gerät kann sich auch nicht mehr gebogen werden, weil das alte Notebook war so dünn, dass man es tatsächlich auf den Seiten biegen konnte. Und wenn man das gemacht hat, konnte man keinen Rechtsklick durchführen. Das geht jetzt. Also die kleinen Kinderkrankheiten, die das Gerät in der ersten Generation hatte, die hat man einfach behoben und dann hat man auch noch das Design jetzt verbessert. Also wenn man das Notebook so anschaut, es ist wirklich wundervoll. Es ist sehr schön dünn, wirklich leicht. Wir haben hier eine Breite, also eine Dicke von 10,4 Millimetern und auch eine neue Farbe. Das ist hier eine Keramik-White-Farbe. Und hier auf der Rückseite, wo das Scharnier drin sitzt, da haben wir einen hellgolden Akzent. Und hier befinden sich auch alle Anschlüsse des Geräts. Auf den Seiten haben wir keine. Hier haben wir einen 3,5 Millimeter Klinkenstecker, zweimal USB 3.1 mit Thunderbolt 3, sowie einen normalen USB 3.1 Typ C Stecker, der dann auch für das Laden verwendet werden kann. Also insgesamt ein sehr schönes Notebook. Ich kann noch ein bisschen was an Details zur Lackierung des Geräts sagen. Das ist eine sehr spezielle Lackierung, die man auch von der Autobranche kennt. Und zwar ist das wirklich ein spezielles Coating, das dann auch noch ein bisschen robuster sein sollte und auch kratzerresistent. Und zwar wird hier die Oberfläche, das Metallgehäuse unter Strom gesetzt und daraufhin wird erst der Lack angebracht. Oder beziehungsweise das Gehäuse wird eigentlich einfach in den Lack getaucht. Und dadurch, dass das Gehäuse elektrisch aufgeladen ist, bleibt eben die Farbe auf dem Gehäuse haften und wird dann einfach abgewaschen. Und dadurch entsteht eben diese sehr glatte, sehr schöne Oberfläche, die dann auch isolierend ist. Und das Gerät einerseits vor Kratzern schützt und andererseits auch wirklich so ein schönes Feedback, also so eine schöne Haptik hier oben dem Gehäuse verleiht. Insgesamt muss man sagen, es ist einfach so ein sehr schönes, sehr hochwertiges Gerät. Und wir haben hier auch sehr beeindruckende Spezifikationen dafür, dass es hier dünner als eine AAA-Batterie ist. Hier drin im HP Spectre 13 steckt ein Intel Core i5 oder i7 Prozessor der achten Generation. Es gibt 8 oder 16 GB Arbeitsspeicher und 256 bzw. 512 GB SSD. In Deutschland wird das Gerät ab 1299 Euro erhältlich sein. Also hat man hier eigentlich den Dollarpreis direkt umgewandelt in Euro und das ist auch sehr erfreulich. Und für das Gerät ist es ein durchaus fairer Preis, weil einerseits war der Vorgänger doch ein bisschen teuer. Und andererseits bekommt man hier ein wirklich sehr schönes, sehr dünnes und sehr leichtes Ultrabook zu einem durchaus fairen Preis. Ja, der erste Eindruck vom HP Spectre 13 ist außerordentlich positiv. Es ist einfach ein schönes, hochwertiges Notebook. Und für alle, die ein wirklich hochwertiges, schönes Ultrabook suchen, das auch meiner Meinung nach schöner ist als das neue MacBook, für die ist es ein durchaus interessantes Gerät. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.